Die gesamte Story beginnt mit einem grossen Mordfall, der die Serie startet und antreibt. Eines der Hausmädchen ist zu Beginn der Serie auf einem Begräbnis, weil ihre Freundin umgebracht wurde und das bringt Marisol, Annas Rolle, in eine Familie. Man findet heraus, warum sie dort arbeitet. Sie versucht verzweifelt herauszufinden, warum dieses Hausmädchen getötet wurde und wer der Mörder war. Durch dieses Setting wird der Boden für schwarzen Humor und dramatische Ereignisse bereitet. Die Superreichen treffen hier auf die Bediensteten. Sie sind auf deren Dienste wirklich angewiesen.